Musik Ich sehe einige Messebesucher, die erholen sich in der ersten Klasse bei Ihnen. Was macht die so besonders? Also eins von den auszeichnenden Punkten von der Schweiz im Ausland ist die hohe Verarbeitungsqualität. Wir haben hier im Fahrzeug auch darauf geachtet, so wie Sie es in der zweiten Klasse gesehen haben, dass wir auch in der ersten Klasse wirklich eine sehr, sehr hohe Verarbeitungsqualität haben. Was so die ganzen Anstoßteile, die ganzen Schattenflüge angeht, dass der hochwertige Eindruck von dem Fahrzeug sich auch im Innenraum bestätigt. Ich sagte vorhin schon, das Fahrzeug ist für vier Länder insgesamt zugelassen. Da kommen dann so ganz feine Besonderheiten dazu. Wenn man auf die Steckdosen schaut, die Schweiz hat eine andere Steckdose als die Euro-Steckdose. Da ich mit dem Fahrzeug grenzüberschreitend fahre, habe ich beide Steckdosenvarianten in ihrem Fahrzeug verbaut. Musik Musik